Das Hotel La Chontico liegt in Finiki in Carpathos. Das Hotel La Chontico ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Zwei Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden vier von sechs Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur zwei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,3 von sechs Sonnen. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von sechs Sonnen. Hotel Allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,8 von sechs Sonnen bedanken. Lage und Umgebung Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 3,8 von sechs Sonnen. Gastronomie Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2,5 von sechs Sonnen für die Küche. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.